jo was geht ab liebe gaming freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play wir spielen dropzone ja release war ja am 15 februar und das ist nur eine early access was man jetzt spielen kann ja ziel des spiels ist ja ein also nester einzunehmen von ki aliens zerstören einnehmen und die punkte einsammeln und dann zum sammelpunkt oder upgrade punkt hinbringen und dadurch also so eine art deathmatch und natürlich gibt es dann auch irgendwann online spieler und die werden natürlich schwieriger sein und ja ich würde sagen wir gehen gleiches spiel ich habe das tutorial schon eben gerade gezockt so ein bisschen gelernt das dauert circa eine stunde und so ein bisschen erfahrung habe ich jetzt schon schnelles match spiele gegen einen ebenbürtigen menschlichen gegner und verdiene die doppelte menge an ep aber ich will ja nicht eins gegen eins machen das war im match im team viel besser eigentlich stelle stelle deine fähigkeiten dagegen einen computergegner das brauche ich jetzt auch nicht custom erstelle ein match ganz nach deinen wünschen und spiele gegen freunde oder die ki ich würde sagen wir lernen erst mal das spiel kennen machen wir mal schnelles match wir heißen momo geschätzte laufzeit warte seit warum so lange warte mal ne das so lange warten wir jetzt nicht geschätzte warte seit fünf minuten das gibt es doch nicht oje das machen wir nicht dann können wir match machen da gibt es ja erstmal sehr viele seiten wo man gehen reingehen kann gegen die ki oder zwei gegen zwei das ist doch mal richtig interessant bestreite mit einem anderen spieler oder der ki ein zwei gegen zwei match gegen zwei menschliche gegner oder ki wir üben noch mal ein bisschen bevor ich jetzt voll auf die fresse kriege von der von dem online spielern leicht mittelschwer stelle einen mittleren schweren ki und verdiene zehn prozent mehr belohnungen bla 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 okay stelle dich einem schweren ki gegner und verdiene 20 prozent mehr belohnungen also experte bin ich nicht mittel wir machen mal ich weiß nicht schwierigkeitsgrad leicht schwierigkeitsgrad leicht ich mach mal mit schwer so zehn sekunden haben wir achtung schlucht da haben wir noch mal anforderungen also bonuspunkte gibt es für zum beispiel ein punkt gibt es für vernichtete vernichte die kawasch einheiten das sind die ähm die aliens die ki ne und naja ich lese mal jetzt nicht alles durch weil so lange nehmen die gegner schon alles ein das geht nicht okay ich höre schon runter 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 so leute ähm also jeder spieler hat eine nummer auf dem kopf und damit können wir gucken wen wir auswählen wir haben alle spezielle attacken da das müssen wir mal einsammeln das nennt sich kore ist so das was wir jetzt eingesammelt haben kommen alle mit zusammen müssen wir in die mitte und hoch schicken so wie können einmal her also riken ist ja mein spieler dem spiel ich seit anfang an und der andere ist ja wiese und widget widget ist unser mechaniker der kann uns heilen wiese ist unser was war der wiese 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 war tank genau stimmt jetzt tank und da gibt es überall fast atomen belegung ich kann einzeln wählen oder alles zusammen wählen mal schauen also 1 0 steht es für uns und da sind schon die anderen gegner zurück 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 vielleicht können wir es klauen vielleicht können wir es ihm klauen bevor er es hoch schickt er ist abgebrochen er hat abgebrochen er hat gesehen dass er keine chance hat ok schnappt euch denn ok 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 jetzt geht es richtig ab jetzt kriegen wir auf die fresse oder eigentlich nicht die sind abgehauen nicht ich aber die kommen gleich wieder also die heilen sich und kommen wieder locken wir äh heil uns mal warte wutget heil uns mal die kann uns grad nicht heilen warte 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 so äh jetzt aber bitte wow so wir können einmal spezial attacke äh du auch bitte jetzt hauen die schon wieder ab ich glaub's nicht ok ähm alle mann alle mann zusammen also ich glaub mal das sind keine online gegner ne ich glaub nicht oder ne ne ich weiß es nicht ja wie gesagt ich spiel sowas zum ersten mal das ist hier ein super strategie spiel also ich hätte nicht gedacht dass ich das suchten werde mach schon spaß ok dann mach mal einmal heilung mit oder einmal zurück alle zusammen zurück im sicheren gebiet jetzt hier heilen sehr schön sehr schön sehr schön schön ok jetzt komm du mal her recon ok 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 leave it to me sagt er angreifen 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 ok nimm's ein nimm's ein zurück ok alle mal angreifen äh wiese super danke sehr schön ok zurück 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 äh wiese du musst es hochschicken nein nein recon war das äh wiese kommt zurück weil ich strategie spiel also man muss manchmal auch nicht alles zusammen steuern sondern einzeln sagen hey du da ein ich hier hin scheiße 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 die ist gleich am Arsch unsere heilerin ist gleich am Arsch angreifen angreifen zurück 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 2-0 führen wir gerade oben sieht man es nochmal schön äh super scheiße zurück 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 recon du hast keine chance zurück alter ok team ausgelöscht ähm fuck ich sag okay da oben steht nochmal 5 Sekunden hat noch ein widget bis sie zurückkommt ok ich geb dir nochmal eine Chance ja ok ähm wir warten noch wir warten noch bis die anderen da sind obwohl du kannst schon ein bisschen vor vielleicht kannst du das alleine hinkriegen hier ich weiß nicht ob du es alleine hinkriegst komm gibst den gibst den gibst den obwohl alleine wird es schwer ne alle mann alle mann ok recon die haben auch ein recon also ich stopp das ist kein online spieler sonst würden die mich angreifen und nicht und nicht die aliens ok sehr schön immer noch 2-1 für uns jetzt sammeln wir das mal ein hier zwei stück sogar sehr schön sehr schön äh sammelt das Wein komm und ein anderer noch sehr schön jetzt laden wir das zeug mal wieder hoch ok ok können beide das gleichzeitig hochladen ne das geht nicht schade ich höre ich höre ich höre dich also ich muss mal ein bisschen mit der Tastatur klarkommen ähm echt sehr viel zu merken äh ok es liegt gleich 4 zu 1 oder 4 zu 2 ok schon wir uns dann ok komplett das team komm mal mit du kannst uns doch mal kurz heilen ok ich will da nochmal was mitnehmen ok 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 angreifen angreifen das sind nochmal irgendwelche stationen die wir einnehmen können damit wir mehr sicht haben ok alle mal angreifen äh die nummer 3 bitte super special move hier sehr schön auuu die haben schon jetzt 2 punkte also die konkurrenz schläft nicht hier haben wir nur einen rausgekriegt egal das schicken wir gleich hoch ok 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 die schicken ah jetzt haben die 4-4 gemacht ok du kommst her die nummer 3 hat das ja das muss erstmal hochladen und du heilst uns so lange ok sehr schön also ist immer gut dass man einen Mechaniker dabei hat die kann uns heilen ähm da unten sieht man nochmal die LP von den ganzen die Stärke ist es ja Lebenspunkte ok jetzt geht's ab ähm eins einmal oh da ist einer von uns kaputt oh scheiße weg 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 du hast keine Chance alleine ok weg 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 scheiße das sieht richtig scheiße aus für uns ja folg uns mal komm folg uns mal blöder Penner ok sehr schön komm 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 dieser Recon hat keine Chance aber das heilt sich immer wieder ich verstehe nicht wie das macht das ist wie wir es getan haben ich denke das ist die Zeit komm 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 dann nehmen wir halt das hier ein Upgrade das ist wie wir es getan haben äh nochmal Puh hallo ok ich glaub der ist voller am Arsch gerade äh der muss nochmal rein die 3 muss nochmal rein bereit nein 3 muss hier rein 2 kann raus 1 kann raus sehr schön ähm ok sehr schön 6 5 führen die schon also ich hab stark nachgelassen was soll das was ist denn los so einfach ist das Game doch nicht ich dachte okay das werden Futter schleppen jetzt kommen die wieder von hinten angreifen das gibt's doch nicht das Problem ist ja die gehen sich immer wieder heilen das mach ich nicht ich greif da immer wieder an ok sehr schön sehr schön sehr schön 1 nehmen 1 nehmen 1 nehmen komm da muss noch eine hin da muss noch eine hin komm 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 einer noch wie jetzt hey Riken du musst noch eins nehmen sehr schön ok äh Nummer 2 da hin Nummer 3 hier hin also wenn das klappt dann führen wir schon also mit 2 Puppen schon also 8, 6 müsste es dann stehen schauen wir mal also echt geil also schöne Grüße an Gameforge die haben mir ja den Key geschickt für Steam ganz liebe Grüße ähm danke für euer Vertrauen ja ja das sind ja die Publisher von Dropzone äh ich würde sagen gleich weitermachen also nicht schlafen warte mal wo sind die wo sind die anderen gehen ich würde mal gerne einen einen Kampf gegen mich führen da lass den 3 3 1 R zurück 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 das war jetzt gar nichts das war ein Schuss in den Ofen war das jetzt hier ja ja schießt mich nur von hinten ab ja 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 ich weiß nicht was du davon hast jetzt kann ich aber angreifen wir können hallo okay wir heilen hier auf jeden fall mal kommen also hätte ich lieber einen 2 jäger noch mitgenommen die jäger ist nicht stark unser mechaniker der macht es uns halt nicht einfach der zieht uns richtig runter da gibt es nichts außer das loch warte mal da gibt es bestimmt wieder was ja aber da gibt es immer nur einen das letzte mal hat er nur eingegeben okay die 1 einmal er jetzt kommen die gegner auch noch hey hey das geht gar nicht das geht gar nicht ja das geht ja mal gar nicht das geht doch mal gar nicht ja okay noch mal zwei zurück da oben war ja noch was drei hierbleiben zwei hierbleiben vier alle zusammen hierher also da müsste es ja irgendwo noch ein hochladestation geben dass der jetzt mit dem zeug abgehauen ist äh nummer zwei bitte hochladen also ich musste mich eigentlich immer wieder aufladen und wer zuerst sehen hat oder was ist los halte was haben die für attacken ich glaub's nicht das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht wow habe ich da noch jemanden wo zwei leute ja sehr schön nein nein steht es die affen haben es geschafft hoch zu schicken aber meinen das ärgert mich jetzt okay Regan Spezialattacke macht er nicht scheiße okay okay zurück 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 alle zurück okay ich hab ich hab glaub geschafft dass er das nicht schafft sehr schön okay ich hab das verändert dass er sich da noch mal ein punkt holt jetzt holen wir uns unseren anderen noch mal her unseren wiese unserem team wiese dem fett sagt den holen wir jetzt mal her aber was willst du denn hier kommen erzähl mal nummer zwei heilungsmaler mann okay holt euch das ding holt euch das ding holt euch das ding zurück 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 ja die jagen muss natürlich die wollen es unbedingt wieder haben also nicht dumm gar nicht dumm die leute schnell da rein schnell da rein schnell dabei das war knapp okay das mal aufladen okay das heißt es schnell wieder angreifen ich weiß nicht ob es bei zehn aufhört wer zuerst zehn hat aber wir haben sowieso nur noch wir haben sowieso nur noch wie viele sekunden zwölf sekunden noch scheiße okay wir haben es geschafft eine sekunde noch wir haben es also in letzter sekunde noch mal ein punkt holt sieg für momo